Sebastian Allaire wird Borussia Dortmund monatelang aufgrund seines Hodentumors fehlen. Nun bestätigte BVB-Geschäftsführer Kramer, dass man noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werde und auf der Suche nach einem Stürmer ist, der den temporären Verlust des Top-Transfers kompensieren soll. Allaire selbst ist ein Stürmer, der relativ komplett ist. Er ist zum einen sehr spielstreich mit dem Ball am Fuß, trotz seiner enormen Physis- und Kopfballstärke. Zudem hat er sich vor allem in seiner Zeit bei Ajax zu einem Spieler mit einem grandiosen Abschluss entwickelt. Dies gilt es für Dortmund nun zu ersetzen für möglichst wenig Geld und wahlweise nur für ein Jahr, sprich eine Einjahresleihe oder ein Einjahresvertrag. Zunächst einmal werfen wir einen kurzen Blick auf diejenigen Spieler, die ohnehin schon mit Dortmund in Verbindung gebracht werden und ich gebe dazu mal meine Einschätzung ab, inwiefern sie spielerisch, aber auch finanziell zum BVB passen und später gehe ich dann noch auf meine eigenen Vorschläge ein. Timo Werner wäre zwar womöglich per Laie zu haben, aber er ist nicht das, was man sucht. Er ist Adeyemi Moukoko und Malen vom Spielertyp zu ähnlich und würde im Vergleich zu ihnen zwar ein mögliches Upgrade in der Qualität darstellen, ihnen aber eben auch die Spielzeit wegnehmen. Mauro Icardi könnte man wahrscheinlich auch ausleihen von Paris, aber ich bin kein großer Fan davon, da er der Mannschaft, in der er spielt, quasi nur die Qualität des Toreschießens gibt und sowohl im Passspiel als auch im Pressing sehr schwach ist. Somit würde man eine der wichtigsten Positionen im Pressing-System von Terzic verschwenden, daher rate ich von einer Verpflichtung eher ab. Sascha Kalajic würde von seinen Stärken her perfekt passen, nicht umsonst möchte ihn Allers alter Trainer Tin Haag wohl auch zu Manchester United holen, aber er ist halt zu teuer und nur für einen längeren Zeitraum zu haben und nicht nur für das gewünschte Jahr, in dem Aller wohl den Großteil verpassen wird. Edin Dzeko passt wie die Faust aufs Auge, er ähnelt Aller extrem in allen Punkten, aber ist im Passspiel und im Pressing sogar noch einen Tick besser. Er wäre für einen einstelligen Millionenbetrag zu haben, da er schon 36 ist und bei Inter nach der Verpflichtung von Lukaku seinen Stammplatz wohl verlieren wird. Er kennt die Liga, wurde schon Meister mit Wolfsburg und würde wahrscheinlich direkt funktionieren. Eine Verpflichtung für ein Jahr scheint auch möglich. Andrea Bellotti ist immer noch ablösefrei zu haben, aber er stagnierte in seiner Entwicklung schon stark in den letzten Jahren und ich bezweifle, ob er den Offensiv-Output liefern würde, den der BVB braucht und er würde wohl auch kaum nur für ein einziges Jahr kommen. Ein etwas anderer Spielertyp ist Marcus Thuram, der extrem gute Pressing-Werte, ein gutes Passspiel und eine starke Füße mitbringt, aber nicht ganz so eiskalt vor dem gegnerischen Tor ist. Ihn könnte man aber zunächst als Aller-Ersatz fürs Sturmzentrum verpflichten und sobald Aller zurückkehrt, ist dann auch egal wann, dann könnte er dann aufgrund seiner Flexibilität auch über den Flügel kommen und somit eine dauerhafte Verstärkung für Dortmund darstellen. Piontek von der Hertha wäre, finde ich, kein guter Fit. Er ist zwar ein guter Pressing-Spieler, aber technisch schwach und seine Abschlussstärke konnte er eigentlich nur in einer Saison seiner gesamten Profi-Karriere zeigen und das ist mittlerweile auch schon über drei Jahre her. John Cordoba kennt die Bundesliga aus Mainzer, Kölner und Hertha-Zeiten. Er spielt aktuell mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro in Russland und könnte aufgrund des Krieges seinen Vertrag dort für ein Jahr aussetzen und in der Zeit für Dortmund spielen. Allerdings ist er ähnlich wie Icardi nur Abschlusssteig und ansonsten schwach im Passspiel und gegen den Ball. Anthony Modest könnte man für eine geringe Ablöse von Köln holen. Er würde den Dortmundern absolute Kopfballstärke in der Offensive in Form von Toren garantieren. Eine Verpflichtung macht insofern Sinn, dass Modest auch nach der Genesung von Allaire als Joker bei Rückständen fungieren könnte. Allerdings würde er das Offensivspiel als Stammspieler, solange Allaire fehlt, spielerisch definitiv limitieren. Bei Edinson Cavani ist fraglich, ob er noch die Qualität hat, für einen Topklub als Stürmer Nummer 1 Topleistungen abzurufen. Ich bezweifle es eher, auch wenn eine Verpflichtung für ein Jahr ablösefrei durchaus machbar wäre. Arkadio Schmilik ist eine Torgarantie, trifft fast jede Saison zweistellig und ist spielerisch und gegen den Ball solide, wenn auch nicht ganz optimal. Er kennt die Bundesliga, aber ist mit 28 Jahren nur eine langfristige Option und daher eher unrealistisch. Kommen wir nun zu meinen eigenen Vorschlägen für die Stürmerposition, die Dortmund als Allaire-Ersatz verpflichten könnte und zu denen es in der Form noch gar keine Gerüchte gibt. Ich habe mich einfach mal umgesehen, wer so passen könnte. Der erste davon ist Cyril Dessers. Letzte Saison war er an Feje Nordrotterdam ausgeliehen, hat dort 9 Tore, 2 Vorlagen in der Liga geliefert, trotz dessen, dass er fast nur eingewechselt wurde und vor allem konnte er 10 Tore und 2 Vorlagen in 13 Spielen in der Conference League beisteuern. Feje Nordr wollte ihn zwar fest kaufen, aber konnte es sich nicht leisten. Jetzt ist er erstmal zurück bei Genk. Ich denke, eine Laie mit Kaufoptionen wäre für den 27-jährigen Nigerianer denkbar. Er ist Füße stark, Kopfball stark, beidfüßig, stark im Abschluss und vor allem ein exzellenter Pressing-Spieler. Gelingt ihm die Anpassung an die Bundesliga, könnte er ein absolutes Schnäppchen für Dortmund werden. Auf Christian Benteke trifft eigentlich genau das gleiche wie auf Modest zu, nur dass er ein bisschen jünger, ein bisschen besser und auch ein kleines bisschen teurer ist, aber die Fähigkeiten an sich sind auf jeden Fall die gleichen der beiden Stürmer. Eine Option für eine Laie stellt der 20-jährige Armando Proja dar. Der größte Kaufinteressent für ihn war West Ham, die haben nun aber Scamacca verpflichtet. Fragwürdig ist, ob er bei Chelsea zu vielen Einsätzen kommen wird, daher könnte der BVB auf jeden Fall einen Laie-Deal aushandeln. Proja ist ein sehr guter Pressing-Spieler, groß, Kopfball stark, geht dennoch gerne ins Dribbling, aber er muss noch an seiner Torgefahr arbeiten, was bei Dortmund auf jeden Fall besser funktionieren würde, wie eben bei Southampton, an die er zuvor verliehen war. Maiko Arnautovic hat trotz seines Alters von 33 Jahren mit der Rückkehr in eine Top-Liga gezeigt, dass er es absolut noch drauf hat. 16 Torbeteiligungen in 34 Spielen für Bologna unterstreichen dies. Er ist ähnlich wie Thüram ein sehr kompletter Spieler, gut im Pressing im Abschluss, technisch stark, kann Mitspieler in Szene setzen und er ist physisch stark. Zudem kann er natürlich Deutsch und er kennt die Liga aus früheren Zeiten noch. Falls es Dortmund nicht gelingen sollte, einen passenden Ersatz für den Spielertyp Allaire zu verpflichten, hätte man sogar selbst noch ein Talent in den eigenen Reihen, was dem gesuchten Profil entspricht. Bradley Fink ist nämlich ein 19-jähriger Schweizer, der mit einer Größe von 1,93 Meter die gleichen Stärken wie Allaire mit sich bringt. Letztes Jahr hat er, egal in welchem Wettbewerb er gespielt hat, immer getroffen und so könnte man ihn nun auch mal bei der ersten Mannschaft reinwerfen und einfach mal schauen, ob er das nötige Niveau schon mit sich bringt. Das waren also soweit meine fünf Kandidaten für Dortmund, die meiner Meinung nach gut passen würden. Das war es auf jeden Fall soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!